Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Sollte ich mich etwas nasal anhören, liegt das daran, dass ich mich jetzt seit einer Woche irgendwie kränklich fühle und leicht verschnupft bin. Und nein, es ist tatsächlich kein Corona, weil ich befasse mich ja mit einem Paket aus Vietnam. Nein, Spaß, nein, es ist weder das eine noch das andere, einfach nur eine Erkältung. Und ich war überrascht, dass Lady Slyther aus Vietnam kommt und nicht aus China. Ja, so wie es eigentlich üblich ist. Und auch diese Art der Box habe ich noch nicht gesehen von Mattel. Let's create what's next. Opening Music, genau. Ich war so frei, ich habe hier schon mal einen Schnitt gemacht und zwar hier Cue Dramatic Box Opening Music. Also ein bisschen ein Gag nach dem Motto, jetzt wird es spannend und wir sollen uns hier die passende Musik vorstellen. Und es wird tatsächlich spannend. Tatsächlich, also Lady Slyther, eine Figur, die ich mir bei den Classics immer heiß ersehnt habe. Nun ist sie bei den Origins tatsächlich erschienen. Und was ist das für eine wahnsinnige Medusa Box. Das ist ja phänomenal. Ich habe es noch gar nicht angeschaut. Hochwertiger Druck, das ist ja mal eine Deluxe-Figur, wie sie ihr hört. Also hier ist ein Reliefdruck, das sieht man hier nicht. Und Lady Slyther ist wohl wirklich Medusa 2.0. Großartig. Oh, hinten haben wir noch ihre Biografie. In her time, Lady Slyther ruled the Snakeman as their green empress. And all the Snakeman lived with one singular purpose, to serve her every wish. Aha, auf dem Planeten Nahas, das Center des Universums. Ähm, ja, ich lese und lese und lese. Now the Masters of the Universe must stop, ladies, let us poison plan before the Snakeman strike. Ja, da hat sich Martell ja was einfallen lassen. So, und jetzt stehe ich natürlich vor der Herausforderung, wie geht es weiter, besonders einhändig. Naja, hier ist ja was zum Aufschnibbeln und das mache ich auch so gleich. Moment. So, ich will ja nichts verheimlichen. Ich habe mich natürlich wieder angestellt wie ein Volltrottel, weil man könnte die Schachtel hier unten rausziehen. Das sollte gehen. Was ist also passiert? Ich habe hier oben das aufgeschnitten. Dann schaut man hinein und sieht, aha, da ist die Box mit ein bisschen Karton zur Verstärkung. Und, zack, aha, Vorführeffekt, ist mir alles rausgefallen, sofort auf den Boden. Genau so, nur ist es halt hierher gefallen. Ja, Auspack-Fail meinerseits, ist aber auch nichts Neues. So, also, die tolle, ja, selbstkonstruierte Verpackungsvariante. Und ja, da ist sie. Lady Slyther, wie sie leibt und lebt. Und der erste Eindruck ist, sie schaut aus wie eine Orion-Dame aus Star Trek. Beziehungsweise ist sie sehr grün und tatsächlich, also ist es eine tolle Figur, da gibt es gar nichts. Aber im Vergleich zur Snake-Tealer fehlen ihr natürlich diese Aufdrucker, die ich ganz großartig gefunden habe. Ja, nein, wir schauen uns die Figur jetzt mal an und dann werden wir ja gleich sehen, was Sache ist. So, schauen wir uns nochmal die Verpackung an. Super gezeichnet. Ich meine, da kann man eh nie was kritisieren. Das ist ja auch tatsächlich eine der Stärken der Origins-Line. Na gut, bei Masterverse ist es mittlerweile auch ganz toll. Fangor, Lady Slyther. Und hier drei Spießgesellen, die so noch nicht erschienen sind, würde ich jetzt behaupten. Auch nicht im Snake-Man-4-Pack. Das ist übrigens bei mir auch verschollen, wie auch Snake-Man-at-Arms. Also ich habe da mit zwei Absendern ein bisschen ein Pech gehabt, beziehungsweise mit dem Tracking und mit der Zustellung. Wenn man halt glaubt, das Paket ist noch beim Zoll dabei, ist ja schon zugestellt worden, ein Versuch gestartet worden für einen Zustellversuch. Und ja, ist wieder zurück auf den Weg in die USA. Aber gut, das hat jetzt hier mit unserer Lady Slyther nichts zu tun. So, Lady Slyther, Evil Slythering Viper. So, auf der Seite, hier habe ich schon mal kurz, uh, aha. Falls man nicht weiß, wie man mit Figuren umgehen soll, ist die Anleitung. Das ist ja aber phänomenal. Und auf der Seite haben wir, was haben wir denn auf der Rückseite? Uh, also ein echtes Porträt, das können wir uns dann gleich aufhängen ins Kinderzimmer. Und zwar hier haben wir Lady Slyther mit einer Cobra Khan Variante und diesem Herrn hier, einem Schlangenpriester oder was das sein soll. Der kommt sicherlich auch noch eines Tages, ja. Den habe ich schon gesehen irgendwo, der schaut super aus. Der Thron ist auch toll. Hätte man vielleicht einbauen sollen in die Snakeman Lair, jetzt die man zur Disposition beim Crowdfunding gestellt hat. Nein, ist ein ganz ein tolles Bild, eine ganz tolle Zeichnung. Wie gesagt, ist eh nichts Neues. Der Axel Jimenez, oder? Wie sagt man jetzt? Ich weiß es noch immer nicht. Ist einfach, der hat es drauf, ja. Der war ja auch bei der Crest Galkon und hat dort sich, ja, für den ein oder anderen Blödsinn auch, ja, einspannen lassen. Sehr sympathisch eigentlich. Ja, dann gehen wir mal in Medias Res und schauen uns an, was die Figur hält, auf die wir seit Jahren warten. Ja, also ich würde mir ja wünschen, dass überhaupt Mattel, so wie es jetzt hier gemacht hat, mit quasi, das ist eine etablierte Fraktion, wo man neue Figuren dazugegeben hat. Ich würde mir wünschen, überhaupt, dass man eine neue Fraktion einführt. Ich hätte jetzt noch kein Thema als Idee, aber das wäre etwas, das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht, ja. Dass man einfach eine weitere Partei, ja, erschafft, die halt natürlich um das Geheimnis von Castle Crest Galkon und um Eternia kämpfen möchte, ja. Ist jetzt nicht so schwierig. So, da ist auch das Comic-Heftchen noch versteckt. Das holen wir dann raus. Das sind die Abenteuer der Rückseite und, hm, ich kriege gleich Hunger. Und, ja, dann nehme ich sie mal raus und wir schauen uns die gute Dame an. Bis gleich. Und da sind wir, Lady Slyther. Schauen wir uns mal das Gesicht an, ja. Ich finde, wie gesagt, es hat einen starken Star-Trek-Vibe auf mich, ja. Wirkt vielleicht an den Augenbrauen oder so, also wirkt wirklich wie ein Orion-Slave-Girl, wie das so schön heißt, ja. Jetzt haben sie ja die Orion-Leute ein bisschen, egal was ich mache, der Fokus fokussiert lieber auf den Roller dahinter. So, was ich von der Figur stark verspüre, sind auch Filmation-Vibes, was natürlich gar nicht geht, weil es die Figur damals nicht gegeben hat. Allerdings, das Design oder so, nicht, da wirkt auch ein bisschen, erinnert für mich ganz leicht an Chocoté auch. Und halt im Grünstadt, im Blau, ist ja auch nichts Schlechtes. Und ich freue mich immer, ich fand die Damen zumindest bei der Vintage-Line ja stark unterrepräsentiert. Bei den Classics gibt es ja ganz viele Damen. Jetzt bei den Origins ist es jetzt die vierte Dame im Bunde, nicht? Evelyn und Varianten, Tila und Varianten, Zauberin und Varianten und jetzt Lady Slither. Schauen wir mal, man, ja, hätte ja eigentlich ein Royal-Fourpack, glaube ich, erscheinen sollen, mit der Dora, Adam, Marlena und King Randor, ist aber nicht erschienen. Aber es ist ja ein New York Toy Fair im Moment, ja. Die hat gestern begonnen, geht bis 3. Oktober. Bleiben wir gespannt, was und ob Mattel was vorstellt, ja. Außer das, was wir schon gesehen haben, die Masterverse, Wave und die Cartoon-Figuren. Ja, also ist eine super gelungene Figur, ich sag mal so. Ist natürlich ein bisschen wenig fürs Geld, ja. Weil sie ist ein toller Charakter, aber ist jetzt kein dicker Brecher natürlich, ja. Finde ich auch gut so. So, jetzt werden wir nochmal switchen auf ihren Schlangen-Buddy. Und das geht recht easy. Also der Kopf geht ganz leicht runter, da nimmt man den Umhang runter, weil der gehört nicht auf die Variante. Eben unten trennt man den Oberkörper vom Unterkörper, setzt dieses Teil noch auf den Schlangenkörper. Der hat hier übrigens ein paar Gelenke. Okay, er steht jetzt nicht so stabil, könnte aber auch an mir liegen. Also hier sieht man, hier kann man die Gelenke verstellen. Ich habe jetzt hier ein bisschen herumgespielt und sie steht nicht. Also ich kann es mal präsentieren, ja. Wie es der Könner macht. Okay, so natürlich eher schwierig, dass sie stehen bleiben wird können, ja. Zack, ja. Aber auch wenn ich hier ein bisschen herumtue, also ich glaube es geht genau, so geht es zum Beispiel, ja. Man muss ein bisschen ihren Schwerpunkt austarieren und so wirkt sie auch relativ gruselig. Ich werde nochmal kurz was machen und bin gleich wieder da. Ja, ich glaube nicht, dass ich mich irre. Also ich habe jetzt hier die Snackman, die mir gerade bei zur Hand waren, geholt. Vergleichen wir mal Snacktealer mit Lady Slyther. Ich finde diese Auftrücke halt super. Ich werde sie dann nochmal kurz umbauen, wir stellen sie daneben. Und sie könnte ein bisschen imposanter sein als Schlangen-Variante, ja. Ein bisschen mehr Monster, ein bisschen größer. Das wäre jetzt vom Design her nicht gegangen aufgrund der Basisfiguren, sage ich jetzt mal. Ja, keine schlechte Figur, wie gesagt. Ich freue mich sehr, dass der Charakter schön ist, genauso wie Fangor. Ich hoffe, es geht mit den Origins so schön weiter. Muss ja auch nicht, jede Woche müssen ja nicht zehn Figuren erscheinen. Mir wird es erreichen, wenn einfach nur die richtigen Figuren erscheinen, neben den Vintage-Figuren, die von allen Leuten natürlich sehnlichst erwartet werden. So, ich baue das nochmal kurz um. Dann schauen wir uns nochmal das Ganze zu einem abschließenden Fazit an. So, ja, die beiden könnten auch als die Schlangen-Twins oder Snack-Sisters oder irgendwie so durchgehen. Und ja, sie sind beides tolle Figuren. Also, wie gesagt, ich stehe halt wahnsinnig auf diese Drucke. Die sind super. Die sind super. Und ja, was bleibt uns noch übrig? Sword of the Serpent. Ja, das Comic zur Figur, zur Serie, zum kommenden Kinofilm. King His und Lady Slyther. Und ganz viel Text. Etlich ein Comicheft, was ich verstehen kann. Nein, das werde ich jetzt nicht durchlesen, weil ihr wisst ja, das endet nur im Desaster. Es schaut total interessant aus. Ich bin mit den Comics total hinterher. Und schön gezeichnet. Und wir lesen das alles als Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Und dann diskutieren wir drüber. Und ich verteile die entsprechende Note. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du schon habt. Eine gute Zeit. Und sammelt weiter. Besonders, wenn es sich um so schöne Ladies handelt, wie ich hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.